Wunderschöne gute Damen und Herren, mein Name ist Claude, herzlich willkommen zu einem Gentleman's Club Deluxe. Wir haben Samstagmorgen, es ist wie Sonntagmorgen, 2.20 Uhr. Wir sind eigentlich recht gut am Start und das wird unglaublich glatt sein. Ich habe von purem Wodka auf Wodka Bull Shots umgestellt. Jetzt kommen etwa 7 Bier auf Whisky umgestellt, nachher auf den Raum, nachher wieder zurück zum Whisky, nach Basel-Saurier-Shots und jetzt zum Gin. Ich habe mich mal so kaputt gelacht, ich bin so praktisch, so richtig ausbreitet, so richtig Hände und Füße in alle Himmelsrichtung gestreckt und dann mal so. Ich habe die Waffe, ich habe die Waffe, ich habe die Waffe, ich habe die Waffe, ich habe die Waffe und ich habe den Kupfhörer gemacht. Dann kommt es mal so... Dann kommt es mal so... ...bist du auch? Und dann kommt es mal so... ...kuck die Scheisse dabei da... ...der sortischen... ...kuck die Jacks voll nehmen... ...irgendwann ist der Jack komplett ...gefrucht, irgendeine Alptaste gesucht... ...so ich muss mir mal etwas sagen ...wir so... Ooooooh, die Mund. Da kann man dich gleich vorstellen. Es ist so gut, echt. Scheiße. Bibi dabei. Gut haben wir dabei, Mann. Läuft's, läuft's. Ey, Fitti, man, ich habe nur ein paar Löhre im Gesicht. Dann ist es Salz eigentlich. Was ist das denn? Ich spiele mit deinen Füssen und den Tisch. Ich spiele mit deinen Füssen. Und du hast ihn mit deinen Füssen angenommen. Ich spiele mit deinen Füssen. Was? Also eine ist immer 8 K-Bis? Nein, ich spiele mit meinen Füssen. Ein Scheissdreck. Er ist voll hart. Der neue Fnise-Style, oder was? Das war irgendwo auf Twitch. Das ist der neue. Das ist eine Art. Fetisch, oder was? Du bist Fetisch. Was darfst du zuschauen? Das habe ich mit den Füssen gespielt. Ey, ich will sehen, wie viel Kässt du mit der Zeche nebenher anschliessen. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Aber der Campdowner wird hier unten. Oh! Tren! Was ist das? Tren! 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 Ich bin kaputt. Ich glaube, das Boot ist noch einer. Nein! Anficken! Bficken! Anficken! Bficken! Anficken! Bgo! Oh, Liesbapp! Das ist immer ein Retterbruch. Pullen! Willst du dir anficken? Wir machen hier mal eine schleichende Tipp-Runde. Mega lang wartenden Tipp. Er kommt bei den letzten 20 Sekunden aus dem Rennen wie Arschloss. Ich kann nicht mehr Trampenerzüge da. Bauer getrampelt! Goppa! Mach da jetzt ruhig und nicht rennen! Pssst! Hopp, jetzt noch mal die T-Base-Sucke. Haben sie nicht gelernt. Alle noch mal zurück. Ha, 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 ha! Ich bin auf den nächsten Mal. Dann noch mal wieder. Ich bin auf den Kran. Warnereiss. Eine Warnereiss. Jetzt bin ich auf den Kran. Ich bin auf den Kran. Ich bin auf jeden Fall gleichiejaciones. Wenn wir die Kran. Ich bin auf den Kran. Ein Body. Ich bin auf den Kran. Warnereiss & die ist das! ... ... ... Wiss du... ... du willst das Ego-Wand machen? ... du kannst dich aufführen... ... ich kann gerade die Tür laufen und die Line hat... ... Scheisswiss ... du bist blöd, weisst du, wenn man sagt ... Scheisswiss ... wenn man die Hure ausreden... ... oh Scheiss ... der weisse Dropper da... ... Klappaböxli... ... ja die ist günstig, da kannst du hunderte Droppen... ... Scheisswiss ... willst du noch mal etwas, oder? Nein, nein... ... noch eins wie der Blasemann... ... kleine Glöckli, schau... ... Scheisswissi ... komm, gehen wir, Baby ... ... ... ... ... ... ... ... Danke, danke.